Zug fährt in 50 Sekunden. Kannst bei der Kohle sitzen mein Freund. Ja, ein bisschen Kohle schaufeln. Achso, noch nicht. Achtung, wir beladen die Züge oben. Was meinst du? Die Züge werden oben beladen. Beladen? Ja, mit Treibstoff. Ist das schon so? Ja. Schauen wir gleich mal. 50 Sekunden sind ganz schön lang, ne? Sollen wir als nächstes erforschen? Keine Ahnung. Der ist ja vollgestopft mit Baumstämmen. Ja, irgendwann wird er die schon ausladen. Ne, der, der, die Lok. Ja, müssen ja irgendwie verbraucht werden. Und wo werden die beladen, die Lok? Da. Ich verstehe. Müssen wir das Ganze nur anschließen. Ah, hast du es schon so gesehen? Ja, erstmal. Lange von oben noch was kommt oder was? Ja, ja. Aber von oben wird noch ganz lange was kommen, weil ich doch das eine größere Feld im Süden irgendwo angezapft habe. Ja, wir können das ja auch hier anschließen. Guck mal. Wenn wir das hier unten direkt anschließen, dann führt das gleich in eine Linie. Ja, ja. Das habe ich auch schon so überlegt. Dann könnten wir nämlich komplett alles um. Ich mach das mal. Dann habe ich wieder was zu tun. Aber hier beim Kupfer ist Holz mit reingelangt. Oh, das wird aber schnell weggegessen hier, die Kohle. Müssen wir natürlich die Bänder jetzt komplett umdrehen, ne? Hier muss ein Splitter hin. Ja, ja, das können wir hin. Ich dreh schon mal alles um hier. Du musst doch nur auf R drücken, um die umzudrehen. Ach ja, das war doof. Oh. Beziehungsweise mit so einem anderen Band in der richtigen Richtung drüber laufen. Hm. Dann verballern wir das ganze Holz, ey. Eigentlich ganz witzig so. Ach ja, hier oben wird ja auch noch ein bisschen Kohle produziert. Mhm. Ähm, ja. Ich glaube, ich wollte auch eigentlich warten, bevor wir ganz umstellen, bis das da oben verbraucht wurde. Aber ist ja auch jetzt egal. So. Ich habe es nochmal umgedreht. Ja. Hm. Produziert die hier noch? Kohle? Nee. Okay. Weg. Hm. Achso, was erforschen wir? Ähm. Das sieht voll witzig aus mit den Baumstämmen da drin. Hier noch ein paar, da noch ein paar. Und sonst kommen hauptsächlich Kohle. Kohlen aufs Band. Unsere Züge stehen einfach. Was? Die stehen, die machen gar nichts mehr gerade. Der hier hat rot. Der hat auch rot. Oh. Verkehrsprobleme. Ja. Die haben beide rot. Ja, dann kann ich dir sagen, warum. Weil du einen Fehler gemacht hast. Oh. Hihihi. Weil diese Schiene einfach weg muss. Sinn mehr. So. Wir müssen jetzt auf jeden Fall mal was erforschen, was dafür sorgt, dass wir hier wieder mal ein bisschen bauen können. Jetzt werden wir langsam hier öde. Und zwar... Was brauchen wir denn? Was wollen wir denn? Das will ich eigentlich alles gar nicht. Und zwar diese fliegenden Roboter, ne? Ich weiß es nicht. Aber irgendwann müssen wir es eh machen. Auf jeden Fall will ich wieder so einen fliegenden Roboter haben an unserem Hangar. An unserem Fahrzeughangar. Mhm. Die dann wieder automatisch reparieren. Ach du Scheiße. Oh. Munition wird ordentlich produziert. Das ist schon mal schön. Eisenplatten. Oh. Wie viel Kohle habe ich denn jetzt hier? Im Winter. Ja. Von dem ganzen Abgebaue. Du brauchtest Kohle, oder? Und du brauchtest Schwefel? Achso. Es geht nicht weiter. Easy. Es geht auf Festbrennstoff als Treibstoff. Ich ändere das mit den Zügen nochmal. Was genau? Ähm... Ich bin nah an der Produktion. Also die, die Zuglinie die nach unten führt. Ach, was soll's? Ach, was soll's? Ich bin nah an dem, wão. Ja. Ach, was soll's? Ach so, was sollst du. Haben wir das? Spricht dich aus Du hast ja eben einen Satz angefangen, warum, und hast dann einfach nicht weitergeschaut Warum hast du lange dauert, etwas abzubauen Ah, okay Ah, okay Bleibt nicht einer übrig Ja, so Ja, da finde ich schon noch eine Regelung, vielleicht später mit den Flugrobotern Sieht interessant aus, was du da bastelst Total, ne? Sieht total verrückt aus eigentlich Ja, wenn man nicht so involviert ist Ich glaube, es ergibt auch gar keinen Sinn, was ich hier mache Ich bin damit auch gerade wirklich nicht zufrieden Okay Oho Eieieieieiei Zu verlieren Was ist denn jetzt hier das Problem? Neue Fabriken müssen her Hallo? Hallo? Ganz kurz Hast du Lust in Mali mit mir Siege? Ne, wir sind hier jetzt beschäftigt Wow Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Wie viel Ah 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 Ist das dein Ernst? Du, ich verdammt Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Ich nehme gerade erst mein Ernst Untertitelung des ZDF, 2020